So, jetzt zurück. Es ist ein bisschen wie... Scheiße, spielen, wenn man den See zwischen seinen Beinen rumträgt. Oh Mann. Viel entspannter. Puh. Hier ist es ja schon locker drei, vier Stunden oder so. Ach ne Güte, das muss doch mal ein Ende haben. Es ist die letzte Mission. Yes, Sir. Building. Rolling! Building complete. On my way! Warning. Damage critical. Yes, Sir. Building. Hm. Yes, Sir. Yes, Sir. Building complete. Building complete. Hidden to now. Oh, follow the leader. Construction started. Now, jetzt hat er überlebt. Building complete. Building complete. Yes, Sir. So, aufklären, zurückfahren, Basis aufbauen und dann ausrücken. Hör mal was auf die sichere Tour. Boa. Maybe. No. Genau. I should have on their own. Yes, Sir! Yes, Sir! Getting scrapped! Oh, follow the leader! Fighting enemy! Offensive unit last! Yes, Sir! Construction started! Hello? The building complete. On my way. Fuck. Come, 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 come! Oh! Yes, Sir! No mercy! Construction started! Building complete? Yes, Sir! 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 No mercy! Oh, fuck. Ammo. Building complete. All units complete. Moving. Moving. Play the dirt. Yes, sir. Building. Moving. Building complete. Building complete. Need a ride, huh? Building underway. Satellite activated. Unit complete. Moving. Yes, sir. Building. Post. Natürlich, jetzt kommt dieses blöde Cerberus-Kings da unten angerückt. On my way. Building complete. On my way. Building complete. Yes, sir. Building complete. Das ist, das ist... Building complete. Kann ich vergessen. Yes, sir. Building. Yes, sir. No can do. Yes, sir. Building. So, eben den Geschiszturm aufstellen und anschließend nach Hause fahren mit dem Linken. Beziehungsweise, Moment, ich brauche ja in der Basis eigentlich nur einen, das heißt, ich kann das wieder hochzubringen. Oder Tunnel fahren zu lassen. Das ist eine Idee. Vielleicht kommt der an den ran. Okay, der kommt da oben nicht durch. Naja, das Spiel hat schon gesagt, es ist halt der stärker fremantierte Weg. Aber wäre ja eine kleine Chance gewesen, dass es trotzdem schafft. Okay, vielleicht sollte ich den einfach mal eben hier hinschauen. Würde es von hier aus kommen auch noch welche anrücken, das heißt, ich kann mich nicht darauf lassen, dass der Turm oben alles hält. Aber hier hinten, die Seite, müsste eigentlich mit den Turmen abgeschlossen sein. nach oben. Definitiv nur mit der Eskorte nach oben. Ja, da kommt schon den ersten Arschkramm schon an. Jetzt fahren nicht nach Norden, da hast du mich verteidigt. Komm hier hin, irgendwo, wo Zeug noch ist. Satellite activated. Filling complete. Base under attack. Base under attack. Falling in. Base under attack. Falling in. Satellite activated. Base under attack. Building. Unit lost. Building complete. Base under attack. Base under attack. Base under attack. Base under attack. I wonder if the Raketen-Panzer could be a help. I don't have enough time to try it out. That's the last one. Construction started. Falling in. Building complete. On my way. Satellite activated. Yeah, die Papa Can. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, 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 komm Grizzlies, Verstabber, Seaflazer Pheniple Rocket Seaflazer, Longbow, Longbow, Papagun Was anderes vor Ort nicht Building underway Satellite activated On my way That's some thick badass Unit complete I'm moving Show me the high ground I'm moving Oh, auch echt nicht zu spät Building underway Big guns in position Unit complete Unit complete I'm moving Show me the high ground I'm moving Show me the high ground I'm moving Show me the high ground Construction started Falling in Show me the high ground Big guns in position Oh, das ist überhaupt nicht gut, dass er da vorbeigeflogen ist Building complete Okay, die Hobbits haben sich definitiv besser gemacht Building complete On my way On my way I'm following I'm following I'm following I'm following I'm following Unit back right here Building underway Building underway On my way On my way On my way Right behind you Unit complete I'm moving Show me the high ground Big guns in position Yes, sir Building I'm moving I'm moving Building complete So, und einen weiteren Hobbitser werde ich da hinsetzen Anschließend kann ich mir eine kleine Streitmat aufbauen, damit nach oben fahren, das Ding wegmachen und dann wieder nach unten fahren Ich werde einen Razor definitiv mitnehmen müssen, damit ich schnell fahren kann Ich werde einen Razor definitiv mitnehmen müssen, damit ich schnell fahren kann Das war der falsche Tor I'm moving I'm moving Building underway Building underway I'm moving I'm moving Show me the high ground I'm following I'm following Big guns in position Unit complete Kolaiv 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 Ich kann nicht nur hoffen, dass meine Verteidigungsanlagen auch halten. Ich werde die wohl alles einsetzen, um die Basis zu verteidigen. Ach du Scheiße. Und die Schlachtschiff sich auch mal lenken lassen würde. Ich nehme einfach die beiden Hebelricks mit, um das hier oben aufzurüsten. Aber darüber hinaus kann ich damit nicht mehr viel tun. Oh, das verkrafte Haku-Gebäude. Speicher nicht vergessen. Kein Bock mehr auf irgendwelche unnötigen Unfälle. Das ist schön, wenn ich dem die Texte stelle. Ich glaube nicht, dass er wirklich was bewirkt, aber... Ich fühle mich zumindest ein bisschen besser, wenn es da hängig saß. Ah, fuck. Jawoll. Jetzt brauchen wir eine kleine Streitlast. Jetzt machen's. U. Kat jos kommt zurück. Un. Kat swagansller. Ich komme durch, jetzt trau something aus. Wenn ich Rasers mitnehme, sollten die wenigstens die Lasers haben. Die Rüssen auch gleich mal rum. Wenn man wirklich viel offside, dass wir alles machen, das sollte kein Problem sein. On my way. On my way. Construction started. Base, unter attack. End man. Yes, sir. Da hast du mir eine Menge Mörsergeschosse dabei, daneben, aber das ist nicht wichtig, umsache die Einheit zu versorgen. Okay, das werden wir alle halten da oben. Was im Fick. Ich glaube, das sind generell Explosionen, die einfach nur auf der Oberfläche stattfindet, weil der Planeten auseinanderbricht. Dagegen kann ich nichts machen. Wir gucken, wie es alles was passiert. Unit complete. Building underway. Und das wird häufiger werden, glaube ich. Oh, Gott, mir fliegt der Planeten um die Ohren. So, dann kann man losgehen. Building complete. Find my way. Right behind you. Ich hoffe, es kommen alle Einheiten durch. Und bleib doch mal stehen. Wir sehen uns bei der Abelkirche. Bildung underway. Wir sehen uns bei der Abelkirche. Getting scrampt. Unit complete. On my way. Satellite activated. Yes, sir. Scavenger fast. Scavenger fast. Building underway. Satellite activated. Satellite activated. Au. Oh. Oh. Super heavy assault tank. Das ist wohl deren super Einheit. Sorry, super das Ding, ehrlich gesagt. Super heavy assault tank. Aber die kommen in einer ganz schönen Maaasse. Oh. 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 Der Mann ist in Position. Building complete. Yes, Sir. Getting scrapped. Man, Scrap! Hm, ich weiß nicht, wo er die restlichen Geschütze hingeschmissen hat. Überall auf dem Weg verteilt? Nur, dass einige fliegen sind. Da ist die nächste. Und da vorne ist das nächste. Okay, also hat er tatsächlich den Weg befestigt mit den Dingern. Jack. Ardere hier. Yes, Sir. Building. Moving. Building complete. Moving. Building complete. Moving out. Das ist die Farbe hier. Das ist die Farbe hier. Das ist die Farbe. Das ist die Farbe. Das ist die Farbe. Eine Daybraker am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Satellite activated. Yes, Sir. Building. Building complete. Hey, 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 hey. I have a nerve with the trigger. Am I on my way? Satellite activated. Yes, Sir. Building. Under attack. Satellite activated. I have a nerve with the trigger. I have a nerve with the trigger. I have a nerve with the trigger. Nice. All again. Fighting enemy. Right behind you. Building complete. Satellite activated. Playing the dirt. Deploying troops. Warning. Deploying troops. Warning. Damage critical. Offensive unit lost. Offensive unit lost. Eins hilft jetzt. Die Furchen dürfen ... Nein, generell dürfen durchschießen. Der geht doch im Arsch. Was für Verarschungsdassen, jetzt bitteschön. Das ist ein, Herr. drei zu gehen. Playing in der Dirge. Two thrusters haben sich verletzt, Herr Commander. Wir sind halbwegs da. Deploying troops. Ah super, meine Razors sind alle im Arsch. Verstehen Sie in der Dirge. Repair Engage. Right behind you. Holding in. Scavenger lost. Base under attack. Commander, we're detecting a lot of Pura units down this pass. You better take the other route home or you're gonna make it in time. You have to hurry, Grizzly One. The ground is getting really unstable over here. On my way. On my way. On my way. I don't know how healthy it is if everything explodes. But I want to know the Razor at least on my side. Building complete. Ah, the tone is still there. Grizzly One, the Texas is taking heavy damage. We can't hold out much longer. Oh, follow the leader. Oh, follow the leader. Construction started. On my way. On my way. On my way. Good job, Commander. All personnel recycle your craft and board the Texas for immediate evacuation of Achilles. Building complete. Building complete. On my way. Kabloom. Okay, now has turned out a very remarkable Bug truck. And now has turned out to be used. Sometimes humanity survives. Other times, it's obliterated. We tell stories to help us remember history. To keep us from reigniting a war that would no doubt destroy another planet. And perhaps another race. I wish the best to those who find a fallen meteor. Who uncover a little secret. Who follow the trail. Who reconstruct my nightmare. Yeah, yeah. Mit den Furien besiegt. Und eliminiert. Können die Amerikaner, Sowjets und Chinesen ihre Kräfte wieder aufbauen. Und äh. Zusammenarbeiten. Und bla bla bla. Und Major Bradoff wird die Biometallforschung herantreiben. Yay. Okay. Thank you for playing Battlezone Total Command. Please keep following this of Predator. Blah, 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 blah. Noch irgendwas anders. Das war's. Ich danke fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Äh. Also, tschüss und düdlü. Yay. Endlich durch. Endlich durch. Tschüss. igs. TNL